In der Wirtschaftsregion Pforzheim, Enskreis und Landkreis Kalf gibt es viele Unternehmen, die Spitzenleistungen erbringen und das sogar auf Weltniveau. Oder sie zeichnen sich durch Geschäftsphilosophie, Umweltaktivitäten oder soziales Engagement aus. Um die regionale Wirtschaft ins rechte Licht zu rücken, hat die Sparkasse Pforzheim-Kalf den Wettbewerb Glanzlichter der Wirtschaft ins Leben gerufen. Schirmherr der Aktion ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus. Ich möchte die Initiative unterstützen. Schauen Sie, wir haben einen tollen Wirtschaftsstandort in Baden-Württemberg. Wir haben unglaublich viele innovative mittelständische Unternehmen. Und die Überlegung der Initiative Glanzlichter Wirtschaft ist ja, diese noch enger zu vernetzen, sie noch enger zu verbinden. Und sie quasi auch als Aushängeschild der Region darzustellen. So etwas unterstütze ich natürlich gerne. Baden-Württemberg ist unglaublich stark auf den internationalen Märkten. Und die einzelnen Regionen in Baden-Württemberg untereinander, miteinander sind natürlich auch unterwegs. Und ich will den Beitrag dazu leisten, dass gerade auch unsere Region in diesem Wettbewerb gut dasteht. Wie gesagt, dass man die Unternehmen vernetzt. Und dass sie vor allem auch für die kleineren und mittleren großen Unternehmen eine Möglichkeit gibt, ihnen quasi eine Plattform zu präsentieren. Das haben sie wahrlich verdient. Weil die Region ist gut aufgestellt. Sie ist besser aufgestellt als manche glauben. Aber das weiter voranzubringen, zu unterstützen, gerade für die nächsten Jahre, ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben ordentlich Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, aber wir müssen noch besser werden. Da muss man nicht drum herum reden. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg, hier in Pforzheim. Aber wir sind auf gutem Wege. Die Region insgesamt ist, glaube ich, sehr differenziert, sehr gut aufgestellt. Wir gehen in Pforzheim sukzessive den Strukturwandel an und ich glaube, wir kommen gut voran. Der Enz-Kreis, der Bereich Nordschwarzwald, Kall, Freudenstadt. Wir haben gute Fortschritte. Unglaublich viele mittelständische Unternehmen, die in den verschiedensten Bereichen auch international hoch erfolgreich sind. Deshalb, glaube ich, sind wir auf dem exakt richtigen Weg in den unterschiedlichen Bereichen Maschinenbau, Standstechnik, Zulieferer für Automobilindustrie und vieles andere mehr. Wir kommen gut voran und wenn man das noch ein bisschen stärker vorantreiben kann mit dieser Initiative, dann ist es, glaube ich, genau richtig.